Wenn das irgendwie nach dem 14.3 wird, dann geht das einfach gut. Ja. Wow. Das war eine gute Chance. Bisschen verspät hat angefangen mit dem Video wegen dem Regen. Weil ich gerade meinen Kumpel, den Groundhopper Mersenburg, gerade in meinem Schirm geliehen habe. Bin ein bisschen nass geworden, aber es gehört vom Fußball zu. Willkommen bei meinem Video. Mittelrhein-Pokal, Kreis-Pokal, Kreis-Bond. Das ist, glaube ich, die dritte Runde, ne? Zweite oder dritte Runde ist das hier. Ich spiele Beul gegen den SV Wachtberg. Ui. Nein. Oh! 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 Das war's für heute. Aber es war so schlecht gerissene Fälle, die haben gerade Fälle, deswegen wollte ich das nicht mehr informieren. Genau. Das war ein scheiß Spurenrat aus, viele Fälle, totale Tricks, hören wir nach. Oh, stark. War wohl nichts. Aber beste Szene bisher. Ja, wir flangen ja. Absolut. ... gehalten. Jetzt können Sie es sind vor. Das steht aber voll zu. Start für 30. Boah, das war noch. Ne, meine Ecke. Jo. Nur noch aus den Indeln, jetzt noch vom, äh... ... bei dem Sport der Indeln, das gibt's, das ist voll aus der Indel. Jetzt gibt der Regen mal, Ruhe ist auch mal eine Schöne. Ja, aber so ein bisschen drehen würde ich keinen Schirm anschmeißen. Ja, jetzt ist es... ... 0-1 Wachtberg. ... 0-1 Wachtberg. ... 0-1 Wachtberg. Oder im Geräteraum, ja. Ich hab mich im Geräteraum hinter besseren Fotos gestellt, ja. Nein, 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 nein! P3-0 Wachtberg. Ja, wo die Gäste... ... das wäre ja etwas, den Spieler und Mitspieler eine erste Aktion direkt zu halten. Ja, aber ich steh für mein Ego. Mhm, hat's schon ausgezahlt, der Nied. Hat's scheiße wehgetan, Alter. Das stinkt doch. Das liegt doch nicht! Ja, das verstehe ich auch noch nicht! Ich meine drei oder vier jetzt. Ach nee, ich bin ja verwollt. Was ist das, Mais? Oh, jetzt 2-2-0. 0-2 Wachtberg. Allzeitstand 0-2 für Wachtberg. 10-9! Hey! 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 Hört. Ja, ja, genau! Hört. Eine Krippin. Einige! Das hat die Krippin gemacht. Voll cool! Ja, also, dass beide auch in der Hand sind, dann... Ja, die alle haben Freie, da auch immer. Nein, nein! Wir würden doch nicht still! Nein, nein! Ja, der andere auch! Du später auch in der Hand sind. Ich hab ein Stück überlegt, wenn wir später spielen würden, wenn wir hauptsächlich. So ein Stück überlegt, mal in der Kneipe auszulachen, wo nur um die Füße erinnert. Genau das machen wir jetzt mit der dritte Seite. Wir sind die Fußballmannschaft, wo man ohne Test, ohne die Fahmannleifung... Da hast du zwar nur Idioten an der Seite... Bei Null. 0 zu 3 für Wachtberg. Der數 nirgert. Doo! BISCHER Ich bin auch bald im Wachtberg, also bei Tonnev. Wie gesagt, die Kugel würde mich interessieren. Habe ich auch von Weitem gesehen? Da würde ich mal vom Niederland mal hingehen. Ja, vielleicht kriege ich auch meine Freundin mal dazu. Da sage ich so, wir gehen mal zur Kugel und danach noch zum 6. 1-2 für Beul. 1-3, ja stimmt. Ich meine 1-3. Ja, ich habe mich versprochen, Entschuldigung. Ziehen Sie rein, ziehen Sie rein! 1-3! 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 2-3! 1-3! 2-3! 6-3! 2-3! 2-1! Komm und komm! Berechtigt! 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 Ich bin da für Boyle? Ja! Komm! Sag ihm mal, komm! Schön! Komm, komm, komm! Ja, wir haben kein Gefühl! Geh rein und mach selber! Oh, wow! Ah, hier traf ich! Okay, hier! Jetzt! Schade! Hätte mir lieber noch eine Verlängerung gewünscht! 4 zu 2! Jetzt! Oh, was! Wie, die machen das? Jetzt! Jetzt! Komm! kommt! Komm! Ja, Vielen Dank. Endstand 2 zu 4 für den SV Wachtberg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hab noch einen guten Abend oder noch eine gute Restwoche und bis zum nächsten Mal.